SQL ist eine Datenbanksprache zur Definition von Datenstrukturen in relationalen Datenbanken sowie zum Bearbeiten und Abfragen von darauf basierenden Datenbeständen. Die Sprache basiert auf der relationalen Algebra. Ihre Syntax ist relativ einfach aufgebaut und semantisch an die englische Umgangssprache angelehnt. Ein gemeinsames Gremium von ISO und IEC standardisiert die Sprache unter Mitwirkung nationaler Normungsgremien wie ANSJ oder DIN. Fast alle gängigen Datenbanksysteme unterstützen SQL, allerdings in unterschiedlichem Umfang und leicht voneinander abweichenden Dialekten. Durch den Einsatz von SQL strebt man die Unabhängigkeit der Anwendungen vom eingesetzten Datenbankmanagementsystem an. Die Bezeichnung SQL wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Abkürzung für Structure Query Language aufgefasst. Obwohl sie laut Standard ein eigenständiger Name ist, die Bezeichnung leitet sich von dem Vorgänger SQL ab, welche mit Beteiligung von Edgar F. CODD in den 1970er Jahren von Donald D. Camberlin und Raymond F. Beuys entworfen wurde. SQL wurde später in SQL umbenannt, weil SQL ein eingetragenes Warenzeichen der Hocker Siddeley Erkräft Company ist. Sprachelemente und Beispiele SQL-Befehle lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Befehle zur Datenmanipulation und lesendem Zugriff. Befehle zur Definition des Datenbankschemas. Befehle für die rechte Verwaltung und Transaktionskontrolle. Punkt. Die Bezeichnung SQL bezieht sich auf das englische Wort Query. Mit Abfragen werden die in einer Datenbank gespeicherten Daten abgerufen, also dem Benutzer oder einer Anwender Software zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis einer Abfrage sieht wiederum aus wie eine Tabelle und kann oft auch wie eine Tabelle angezeigt, bearbeitet und weiterverwendet werden. Die grundlegenden Befehle und Begriffe werden anhand des folgenden Beispiels erklärt. Einfache Abfrage listet alle Spalten und alle Zeilen der Tabelle Student auf. Ergebnis. Abfrage mit Spaltenauswahl listet die Spalten vor LNR und Titel aller Zeilen der Tabelle Vorlesung auf. Ergebnis. Abfrage mit eindeutigen Werten listet nur unterschiedliche Einträge der Spalte MATRNR aus der Tabelle hört auf. Dies zeigt die Matrikelnummern aller Studenten, die mindestens eine Vorlesung hören. Wobei mehrfach auftretende Matrikelnummern nur einmal ausgegeben werden. Ergebnis. Abfrage mit Umbenennung listet die Spalten MATRNR und Name aller Zeilen der Tabelle Student auf. MATRNR wird beim Anzeigergebnis als Matrikelnummer aufgeführt. Ergebnis. Abfrage mit Filter listet vor LNR und Titel aller derjenigen Zeilen der Tabelle Vorlesung auf deren Titel ET ist. Die solchermaßen strukturierte, häufig verwendete Anweisung wird nach den Anfangsbuchstaben auch als SFW-Blog bezeichnet. Ergebnis. Abfrage mit Filter nach Inhalt listet die Namen aller Studenten auf deren Name mit F beginnt. Like kann mit verschiedenen Platzhaltern belegt werden. Unterstrich steht für ein fehlendes Zeichen und Prozent steht für eine beliebige Zeichenfolge. Bei der SQL-Version von Microsoft Excel steht Sternchen für eine beliebige Zeichenfolge. So können mit der Abfrage auch Felder nach Inhalt durchsucht werden. Ergebnis. Abfrage mit Filter und Sortierung listet Vorname, Name, Straßen, PLZ und Ort aller Studenten aus dem angegebenen Postleitzahlbereich. Sortiert nach Name auf Abfrage mit verknüpften Tabellen die Aufzählung hinter Fromm legt die Datenquellen fest. An dieser Stelle können mit Hilfe sogenannter Joins mehrere Tabellen über Schlüsselfelder miteinander verknüpft werden. So dass Daten aus verschiedenen Tabellen zusammengeführt und angezeigt werden, innerer natürlicher Verbund. Alle Datensätze aus den Tabellen Professor und Vorlesung, die den gleichen Wert im Feld per SNR haben. Professoren ohne Vorlesung und Vorlesungen ohne Professor werden damit nicht angezeigt. Dies ist theoretisch äquivalent zu Vorsicht. Nicht alle Implementierungen verstehen die Schlüsselwörter INNER, Outer und Join. Tabellen können auch ohne Verwendung von Schlüsselfeldern miteinander verknüpft werden. Ergebnis. Linker äußerer Verbund. Äußerer linker Verbund. Alle Datensätze der Tabelle Professor und alle Datensätze aus beiden Tabellen, die den gleichen Wert im Feld per SNR haben. Professoren ohne Vorlesung sind enthalten. Vorlesungen ohne Professor sind nicht enthalten. Die folgende Abfrage liefert nur diejenigen Datensätze, zu denen kein passender Datensatz im linken äußeren Verbund existiert. Das gleiche mittels einer Unterabfrage, Gruppierung mit Aggregatfunktionen äußerer linker Verbund und Gruppierung Aggregation, zählt die Anzahl der Vorlesungen pro Professor. Bemerkung, Count oder Count wären falsch. Zusammenfassung. Zusammengefasst sind die wichtigsten Elemente einer SQL-Select-Abfrage wie folgt anzugeben, Erläuterung. Distinct gibt an, dass aus der Ergebnisrelation gleiche Ergebnistupel entfernt werden sollen. Es wird also jeder Datensatz nur einmal ausgegeben, auch wenn er mehrfach in der Tabelle vorkommt. Sonst liefert SQL eine Multimenge zurück. Auswahlliste bestimmt, welche Spalten der Quelle auszugeben sind und ob Aggregatfunktionen anzuwenden sind. Wie bei allen anderen Aufzählungen werden die einzelnen Elemente mit Komma voneinander getrennt. Quelle gibt an, wo die Daten herkommen. Es können Relationen und Sichten angegeben werden und miteinander als kathesisches Produkt oder als Verbund verknüpft werden. Mit der zusätzlichen Angabe eines Namens können Tuple-Variablen besetzt werden, also Relationen für die Abfrage umbenannt werden. WHERE-Klausel bestimmt Bedingungen, auch Filter genannt, unter denen die Daten ausgegeben werden sollen. In SQL ist hier auch die Angabe von unter Abfragen möglich, sodass SQL streng relational vollständig wird. Group by Attribut legt fest, ob unterschiedliche Werte als einzelne Zeilen ausgegeben werden sollen oder aber die Feldwerte der Zeilen durch Aggregationen wie Addition, Durchschnitt, Minimum, Maximum zu einem Ergebniswert zusammengefasst werden, der sich auf die Gruppierung bezieht. HAVING-Klausel ist wie die WHERE-Klausel, nur dass sich die angegebene Bedingung auf das Ergebnis einer Aggregationsfunktion bezieht. Zum Beispiel HAVING-SUM und GT 0. Sortierungsattribut. Nach ORDER bei werden Attribute angegeben, nach denen sortiert werden soll. Die Standard-Voreinstellung ist ASC, das bedeutet aufsteigende Sortierung, DESC ist absteigende Sortierung. Punkt. Mengen-Operatoren können auf mehrere Select-Abfragen angewandt werden, die gleich viele Attribute haben und bei denen die Datentypen der Attribute übereinstimmen. Union vereinigt die Ergebnismengen. In einigen Implementierungen werden mehrfach vorkommende Ergebnistupel wie bei Distinct entfernt, ohne dass Union Distinct geschrieben werden muss bzw. darf. Union all vereinigt die Ergebnismengen. Mehrfach vorkommende Ergebnistupel bleiben erhalten. Einige Implementierungen interpretieren aber Union wie Union all und verstehen das all möglicherweise nicht und geben eine Fehlermeldung aus. Except liefert die Tupel, die in einer ersten, jedoch nicht in einer zweiten Ergebnismenge enthalten sind. Mehrfach vorkommende Ergebnistupel werden entfernt. Minus ist ein analoger Operator wie Except, der von manchen SQL-Dialekten alternativ benutzt wird. In-T-E-R-S-E-C-T liefert die Schnittmenge zweier Ergebnismengen. Mehrfach vorkommende Ergebnistupel werden entfernt. Punkt. Redundanz. Ein Grundsatz des Datenbank-Designs ist, dass in einer Datenbank keine Redundanzen auftreten sollen. Dies bedeutet, dass jede Information, also zum Beispiel eine Adresse, nur genau einmal gespeichert wird. Beispiel. In der Teilnehmerliste einer Vorlesung werden die Adressen nicht erneut erfasst, sondern nur indirekt über die Matrikelnummer. Um dennoch eine Teilnehmerliste mit Adressen zu erstellen, erfolgt eine Select-Abfrage, in der die Teilnehmertabelle mit der Studententabelle verknüpft wird. In manchen Fällen ist die Performance einer Datenbank besser, wenn sie nicht normalisiert wird. In diesem Falle werden in der Praxis oft Redundanzen bewusst in Kauf genommen, um zeithaufwendige und komplexe Joints zu verkürzen und so die Geschwindigkeit der Abfragen zu erhöhen. Man spricht auch von einer Denormalisierung einer Datenbank. Wann eine Denormalisierung sinnvoll ist, ist umstritten und hängt von den Umständen ab. Schlüssel. Während die Informationen auf viele Tabellen verteilt werden müssen, um Redundanzen zu vermeiden, sind Schlüssel das Mittel. Um diese verstreuten Informationen miteinander zu verknüpfen, so hat in der Regel jeder Datensatz eine eindeutige Nummer oder ein anderes eindeutiges Feld, um ihn zu identifizieren. Diese Identifikationen werden als Schlüssel bezeichnet. Wenn dieser Datensatz in anderen Zusammenhängen benötigt wird, wird lediglich sein Schlüssel angegeben. So werden bei der Erfassung von Vorlesungsteilnehmern nicht deren Namen und Adressen, sondern nur deren jeweilige Matrikelnummer erfasst. Aus der sich alle weiteren Personalien ergeben. So kann es sein, dass manche Datensätze nur aus Schlüsseln bestehen, die erst in Verbindung mit Verknüpfungen verständlich werden. Der eigene Schlüssel des Datensatzes wird dabei als Primärschlüssel bezeichnet. Andere Schlüssel im Datensatz, die auf die Primärschlüssel anderer Tabellen verweisen, werden als Fremdschlüssel bezeichnet. Schlüssel können auch aus einer Kombination mehrerer Angaben bestehen. Z.B. Können die Teilnehmer einer Vorlesung durch die eindeutige Kombination von Vorlesungsnummer und Studentennummer identifiziert werden, sodass die doppelte Anmeldung eines Studenten zu einer Vorlesung ausgeschlossen ist. Referentielle Integrität Referentielle Integrität bedeutet, dass Datensätze, die von anderen Datensätzen verwendet werden, in der Datenbank auch vollständig vorhanden sind. Im oberen Beispiel bedeutet dies, dass in der Teilnehmertabelle nur Matrikelnummern gespeichert sind, die es in der Studententabelle auch tatsächlich gibt. Diese wichtige Funktionalität kann bereits von der Datenbank überwacht werden, sodass z.B. nur vorhandene Matrikelnummern in die Teilnehmertabelle eingetragen werden können. Der Versuch, den Datensatz eines Studenten, der schon eine Vorlesung belegt hat, zu löschen. Entweder verhindert wird oder der Datensatz auch gleich aus der Teilnehmertabelle entfernt wird und Der Versuch, die Matrikelnummer eines Studenten, der schon eine Vorlesung belegt hat, zu ändern. Entweder verhindert wird oder der Eintrag in der Teilnehmertabelle gleich mit geändert wird. Punkt. Widersprüchlichkeit von Daten wird allgemein als Daten in Konsistenz bezeichnet. Diese besteht, wenn Daten-BSPW die Integritätsbedingungen nicht erfüllen. Ursachen für Daten in Konsistenzen können Fehler bei der Analyse des Datenmodells, fehlende Normalisierung des ERM oder Fehler in der Programmierung sein. Zum Letzteren gehören die Lost-Update-Phänomene sowie die Verarbeitung von zwischenzeitlich veralteten Zwischenergebnissen. Dies tritt vor allem bei der Online-Verarbeitung auf, da dem Nutzer angezeigte Werte nicht in einer Transaktion gekapselt werden können. Beispiel. Transaktional liest Wert x transaktional erhöht den gespeicherten Wert von x um 1 und schreibt zurück. Die Änderung von b ist verloren gegangen. SQL-Datentypen. In den oben vorgestellten Befehlen Create Table und Alter Table wird bei der Definition jeder Spalte angegeben. Welchen Datentyp die Werte dieser Spalte annehmen können, dazu liefert SQL eine ganze Reihe standardisierter Datentypen mit. Die einzelnen DBMS-Hersteller haben diese Liste jedoch um eine Unzahl weiterer Datentypen erweitert. Die wichtigsten Standard-Datentypen sind. Integer ganze Zahl, wobei je nach Zahl der verwendeten Bits Bezeichnungen wie Smallint, Anyint oder Bekind verwendet werden. Die jeweiligen Grenzen und die verwendete Terminologie sind vom Datenbanksystem definiert. Numeric oder Dezimal. Festkommazahl mit insgesamt maximal Endstellen, davon m Nachkommastellen. Wegen der hier erfolgenden Speicherung als Dezimalzahl ist eine besonders für Geldbeträge notwendige Genauigkeit gegeben. Float. Gleitkommazahl mit maximal m Nachkommastellen. Real Gleitkommazahl. Die Genauigkeit für diesen Datentyp ist jeweils vom Datenbanksystem definiert. Double oder Double Precision Gleitkommazahl. Die Genauigkeit für diesen Datentyp ist jeweils vom Datenbanksystem definiert. Float und Dumbbell sind für technisch-wissenschaftliche Werte geeignet und umfassen auch die Exponentialdarstellung. Wegen der Speicherung im Binärformat sind sie aber für Geldbeträge nicht geeignet, weil sich beispielsweise der Wert 0,10 Euro nicht exakt abbilden. LEST.Character oder Chart-Zeichenkette. Text mit N-Zeichen. Vaka oder Character-Varying. Zeichenkette von variabler Länge, aber maximal N-druckbaren und oder nicht druckbaren Zeichen. Die Variante Vaka 2 ist für Oracle spezifisch, ohne dass sie sich tatsächlich unterscheidet. Textzeichenkette beliebiger Länge. In manchen Systemen synonym zu Klop, Date, Datum, Time, Zeitangabe, Timestamp. Zeitstempel, meistens mit Millisekunden-Auflösung, teilweise auch Mikrosekunden-Genau-Boolean-Bool-Äsche-Variable oder Faults annehmen. Dieser Datentyp ist laut SQL-2003 optional und nicht alle DBMS stellen diesen Datentyp bereit. Blop oder Binary-Large-Object. Binär-Daten von maximal N-bytes-Länge, Klop oder Character-Large-Object-Zeichenketten mit maximal N-Zeichen-Länge. Wenn es die Tabellendefinition erlaubt, können Attribute auch den Wert 0 annehmen. Wenn kein Wert bekannt ist oder aus anderen Gründen kein Wert gespeichert werden soll. Der 0-Wert ist von allen anderen möglichen Werten des Datentyps verschieden. Transaktion, Commit und Rollback Eine Transaktion bezeichnet eine Menge von Datenbankänderungen, die zusammen ausgeführt werden. So ist beispielsweise die Buchung eines Geldbetrags durch zwei atomare Datenbankkooperationen abbuchen des Geldbetrages von Konto A und Buchung des Geldbetrages auf Konto B gekennzeichnet. Kann die vollständige Abarbeitung der elementaren Datenbankkooperationen der Transaktion nicht durchgeführt werden. Müssen alle durchgeführten Änderungen an dem Datenbestand auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden. Der Vorgang, der alle Änderungen einer Transaktion zurücksetzt, wird als Rollback bezeichnet. Der Begriff Commit bezeichnet das Ausführen einer Transaktion. Transaktionen sind eine Möglichkeit, die Konsistenz des Datenbestandes zu sichern. Im Beispiel der doppelten Kontenführung wird durch das Verhindern von ungültigen Teilbuchungen eine ausgeglichene Kontobilanz gewährleistet. Datenbanken erlauben es zum Teil, bestimmte Befehle außerhalb einer Transaktion auszuführen. Darunter fällt insbesondere das Laden von Daten in Tabellen oder das Exportieren von Daten mittels Utilities. Manche DBMS erlauben das temporäre Abschalten der Transaktionslogik sowie einiger Kontrollen zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dies muss allerdings meist durch einen expliziten Befehl erzwungen werden, um ein versehentliches Ändern von Daten außerhalb einer Transaktion zu vermeiden. Solche Änderungen können, falls eine Datenbankwiederherstellung erforderlich ist, zu schweren Problemen oder gar Datenverlusten führen. Eine Transaktion wird mit der SQL-Anweisung Commit beendet. Alle Änderungen der Transaktion werden persistent gemacht und das DBMS stellt durch geeignete Mittel sicher, dass diese Änderungen nicht verloren gehen. Mit dem Befehl Rollback wird eine Transaktion ebenfalls beendet, es werden jedoch alle Änderungen seit Beginn der Transaktion rückgängig gemacht. Das heißt, der Zustand des Systems ist der gleiche wie vor der Transaktion. Programmieren mit SQL Programmierschnittstelle Das ursprüngliche SQL war keine Turing-vollständige Programmiersprache. Es ermöglichte also nicht die Realisierung von beliebigen Computerprogrammen. Mittlerweile lässt es sich mit anderen Programmiersprachen kombinieren, um eine Programmierung im engeren Sinne zu ermöglichen. Hierfür gibt es unterschiedliche Techniken. Mit Embedded SQL können SQL-Anweisungen im Quelltext eines Programms, typischerweise in C, C++, COBOL, ADA, Pascal oder Ähnliches, geschrieben. Eingebettet werden, während der Programmvorbereitung übersetzt ein Pre-Compiler die SQL-Befehle in Funktionsaufrufe. Embedded SQL ist Teil des ANSI-SQL-Standards. Beispiele für Implementierungen SQLJ für Java, ProSternchen, C für C, C++, ADO und ADO. Net Erkömmliche Programmierschnittstellen erlauben die direkte Übergabe von SQL-Befehlen an Datenbanksysteme über Funktionsaufrufe. Beispiele ODBC, JDBC, ADO Persistenz-Frameworks wie etwa Hibernate oder IBATIS abstrahieren vom Datenbankzugriff und ermöglichen objektorientierte Verarbeitung von Relationale in Datenbanken in einer objektorientierten Programmiersprache. Mit dem Teil 4 SQL-PSM des Standards werden Konstrukte wie IF-Blöcke und Schleifen bereitgestellt. Er wird in den Datenbanksystemen in unterschiedlicher Ausprägung und mit herstellerspezifischen Erweiterungen implementiert. Zum Beispiel PL-SQL in Oracle oder Transact SQL im MS-SQL-Server. Statisches und dynamisches SQL Unabhängig von der verwendeten Programmiertechnik wird zwischen statischem und dynamischem SQL unterschieden. Bei statischem SQL ist die SQL-Anweisung dem Datenbanksystem zum Zeitpunkt der Programmübersetzung bekannt und festgelegt. Bei dynamischem SQL ist die SQL-Anweisung dem Datenbanksystem erst zum Zeitpunkt der Programmausführung bekannt. So sind zum Beispiel alle SQL-Anweisungen, die mittels SQL, CLI oder JDBC ausgeführt werden, grundsätzlich dynamisch. Ausgeführt werden dynamische SQL-Anweisungen im Allgemeinen mit Execute Immediate. Punkt. Bei dynamischem SQL muss das Datenbanksystem die SQL-Anweisung zur Laufzeit des Programms interpretieren und den Zugriffspfad optimieren. Da dieser sogenannte Passe-Vorgang Zeit in Anspruch nimmt, puffern viele Datenbanksysteme die bereits gepassten SQL-Anweisungen umso, falls sie sich wiederholen, die Zeit für ein erneutes Parsen zu sparen. Bei statischem SQL kann schon bei der Übersetzung der Programme bzw. beim Binden der SQL-Anweisungen an eine Datenbank der optimale Zugriffsweg bestimmt werden. Damit sind kürzestmögliche Laufzeiten der Anwendungsprogramme möglich. Allerdings muss der Zugriffsweg aller betroffenen Programme neu bestimmt werden, wenn sich Voraussetzungen ändern. Die Bindphase ist heute vor allem im Großrechnerumfeld bekannt. Die meisten Datenbanksysteme optimieren hingegen zur Laufzeit. Chronologie. Etwa 1975 SQL ist gleich Structure English Query Language. Der Vorläufer von SQL wird für das Projektsystem R von IBM entwickelt. 1979 SQL gelangt mit Oracle V2 erstmals durch Relational Software Inc. auf den Markt. 1986 SQL 1 wird von ANSI als Standard verabschiedet. 1987 SQL 1 wird von der Internationalen Organisation für Normung als Standard verabschiedet und 1989 nochmals überarbeitet. 1992 der Standard SQL 2 oder SQL 92 wird von der ISO verabschiedet. 1999 SQL 3 oder SQL 1999 wird verabschiedet. Im Rahmen dieser Überarbeitung werden weitere wichtige Features hinzugefügt. 2003 SQL 2003 ISO IEC 9075 zu 2003 wird von der ISO als Nachfolger des SQL 1999 Standards verabschiedet und fügt erste Änderungen für besseren XML Support ein. 2006 SQL XML 2006 ISO IEC 9075-14 zu 2005 legt genauer fest, wie SQL in Zusammenhang mit XML verwendet werden kann. 2008 SQL 2008 ISO IEC 9075 zu 2008 fügt instead of trigger und das truncate Statement hinzu. 2011 SQL 2011 ISO IEC 9075 zu 2011 ist die aktuelle Revision des SQL Standards. Sprachstandard Ziel der Standardisierung ist es, Anwendungsprogramme so erstellen zu können, dass sie vom verwendeten Datenbanksystem unabhängig sind. Heutige Datenbanksysteme implementieren mehr oder weniger große Teile des Sprachstandards. Darüber hinaus stellen sie oftmals herstellerspezifische Erweiterungen bereit, die nicht dem Standardsprachumfang entsprechen. In der Vor-SQL-Zeit strebte man die Portabilität von Anwendungen über die kompatible Schnittstelle an. Der Standard besteht insgesamt aus 9 einzelnen Publikationen ISO IEC 9075-1 zu 2011 Part 1 Framework, ISO IEC 9075-2 zu 2011 Part 2 Foundation, ISO IEC 9075-3 zu 2008 Part 3 Core Level Interface, ISO IEC 9075-2 zu 2011 Part 2 und από 6 ISO IEC 9075-2 zu 2008 Part 2 Foundation, ISO IEC 9075-2 zu 2008 Part 8 Master Code Ol competition, ISO IEC 9075-2 zu 2011 Part 4 Workshop Management of External Data, ISO IEC 9075-10 zu 2008 Part 10 niches değil. ISO IEC 9075-11 zu 2011 Part 11 Information und Definition Schemas ISO IEC 9075-13 zu 2008 Part 13 SQL Routines and Types using the Java TM Programming Language ISO IEC 9075-14 zu 2011 Part 14 XML-Related Specifications und wird durch 5 bzw. 6 ebenfalls standardisierte SQL Multimedia and Application Packages ergänzt ISO IEC 13249-1 zu 2007 Part 1 Framework ISO IEC 13249-2 zu 2003 Part 2 Full Text ISO IEC 13249-3 zu 2011 Part 3 Spazial ISO IEC 13249-5 zu 2003 Part 5 Still Image ISO IEC 13249-6 zu 2006 Part 6 Data Mining ISO IEC 13249-8 xxxx Part 8 Metadata Registries Der offizielle Standard ist nicht frei verfügbar, jedoch existiert ein SIP-Archiv mit einer Arbeitsversion von 2008. Erweiterungen Die beiden ersten Teile des SQL-Standards SQL Framework und SQL Foundation legen die Kernfunktionalitäten fest. In den weiteren Teilen werden spezifische Aspekte der Sprache definiert. Teil 4 Bei SQL-PSM handelt es sich um die Erweiterung um prozedurale Konstrukte. Sie ermöglichen unter anderem das Programmieren von Schleifen, Cursern, Exception Handling, Triggern und eigenen Funktionen. Oracle implementiert diese Funktionalität unter dem Namen PL-SQL. DB2 verwendet den Begriff SQL-Post-GRE-SQL nennt es PL-PG-SQL. Punkt Teil 14 SQL-XML ermöglicht es, XML-Dokumente in SQL-Datenbanken zu speichern, mit XPath in SQL-XML 2003 und XQuery ab SQL-XML 2006 abzufragen und relationale Datenbank-Inhalte als XML zu exportieren. Um die ursprünglichen Arbeiten an diesen Teil des Standards zu beschleunigen, hatte sich im Jahr 2000 eine informelle Arbeitsgruppe gebildet, die unter dem Namen SQL-X Group und unter der Bezeichnung SQL-X die Kernfunktionalitäten festlegte. Deren Arbeit ist in den jetzigen Standard eingeflossen. Punkt Als Ergänzung zum SQL-Standard existiert mit ISO-IEC 13249 SQL Multimedia and Application Packages eine Norm, die für die Anwendungsfälle Text, geografische Daten, Bilder, Data Mining und Metadaten spezialisierte Schnittstellen in SQL-Syntax festlegt.